Interventive Assimilation, Xiangna, dass man auch gar keinen Ort findet, in Ruhe zu üben und dass man in amerikanischen Kung-Fu-Sportzentren sieht, dass alles immer nur erklärt wird und immer nur gelabert wird, bis dann eben ein Oberpfadfinder nur die Reden hält. Das ist irgendwie auf die mardukische Atmung der inneren Achtsamkeit oder der inneren Versenkung zurückzuführen und wird mit einem Formgeist beantwortet, obwohl es wirklich selber in einem lebens- tödlichen Formgeist steht. Das ist auch von den Kung-Fu-Meistern in den 50ern, in den 30ern diskutiert worden und da kann man nachfragen, wo man will. Da kann sich wirklich keiner mehr dran erinnern. Das ist sozusagen richtig ausgelöscht. Und wer einigermaßen treu zu der Entwicklung des Kung-Fu-Sportzentren müssen sich noch erinnern können, wie das diskutiert wurde und wenn das Video so erzählt wurde, wann und wo das diskutiert wurde. Und Experten müssen sogar wissen, welche Sifus das gesagt haben, von welchem Stil. Viele haben sich ja in einschlägigen Tai-Chi-Stilen vor der Welt versteckt, seit der Todesgruß von Shanghai doch immer modikrächtiger werden und sich lieber auf Tanzkurse begegnen, um sich irgendwie noch bewegen zu dürfen und Paparotti geübt, um eben noch atmen zu dürfen. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Fun, Fun, Pow. Fun, Fun, Pow.